Hallo? Ja, ja, hier ist der Dings, der Schaumschle... Nein, der Valentin ist hier. Nein, was ist das für ein unreiner Mist? Nicht der Valentin, der Valentin. Ja, sie sagen ja auch nicht, mein Vater. Ich wollte sie noch fragen, ob sie die Billette jetzt gekauft haben und ob sie den Obolus auch entrichtet haben. Nein, weil wir geben uns doch die Ehre, meine Frau und ich, wir geben uns doch die Ehre, einen wunderbaren Theaterabend zu offerieren. Ja, woher soll ich denn das wissen? Nein, nein, das kann ich im Moment gar nicht sagen, wann das... Doch! Doch, das ist am gleichen Tag, wenn die Nachbarin von der Tante Gerda... Nein, am Vortag. Am selben Tag, wenn die Nachbarin von der Tante Gerda... Wissen Sie, wo der Mann immer das Zahnreißen hat? Nein, nicht der Mann. Die Nachbarin bekommt ihre Kohlen, also ihre Brigettes für den Winter. Und da wollte ich Ihnen sagen, wenn Sie jetzt zuhören, wir können Ihnen diesmal leider nicht helfen beim Nein-Schaufeln. Wir haben nämlich einen Theaterabend, eine Vorstellung, ja, mit Couplets und wunderbaren Vorträgen über Slam und mit grausamen, lustigen Witzen. Ja, und mit Komposition. Nein, selbstgemacht mit wundervollen Komposition innen. Nein, das ist drinnen. Sie ist geheizt. Sie brauchen keine Decke mitbringen. Danke. Komposition.